Halli, hallo, hallöle. Halli, hallo, hallöle. Hier sieht es mal wieder aus, wie bei den Hempels, unter dem Sofa drunter. Ja, wo das Ding ist, ich habe Glück gehabt, weil gleich kommen die Lisa und Lena und dann wollten die mich sauber machen, das ist schön, ne, ich habe es gut und ich nehme die Kinder und wir gehen zum Strand. Und ich war neulich auch, ich war neulich auch am Strand und zwar so schön, so schön war das. Ne, Lulu, das willst du nicht, du kriegst Hundefutter, ne? Kein Menschenfutter. Na ja, auf jeden Fall, ich wollte mir noch mal schnell Wasser drauf lassen, eine Sekunde. Auf jeden Fall, das finde ich geil, dass ich dann gleich schwimme. Ich war neulich auch mal seit so langer Zeit wieder und es war so schön, wenn man so reintauscht und dann glitzert so die Sonne durch. Oh, das ist so herrlich. Aber, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, die Lisa hat den Job gekriegt. So geil. Sie ist gestern mit auf Tour gegangen und sie hat die ganze Zeit so gedacht, kann doch nicht sein, dass das jetzt hier meine Arbeit ist, dass ich dafür jetzt Geld kriege, dass ich hier so geile Sachen mache. Sie schwimmt jetzt mit Delfinen jeden Tag. Also nicht jeden Tag. Jeden Tag, wenn Touren sind und aber die sind, es ist ja gerade gar keine Saison und und es war schon, das Boot war voll gestern. Wir sind zwei Touren gefahren gestern. Echt cool. Echt cool. Es hat sich so einen geilen Job. Und geht dir richtig gut. Ich meine, es ist ja auch, das ist ja was, so was richtig heilsames, so was richtig tolles, mit Delfinen zu schwimmen. Das ist ja eigentlich unbezahlbar. Und sie wird noch dafür bezahlt. Also das ist, wir können unser Glück gerade gar nicht fassen. Das ist echt, macht mir schon wieder Angst alles, ne? Wenn alles so gut läuft, da krieg ich immer Angst. So eine kleine Störung. Ich denke immer, hä, jetzt kann man bald irgendwas, mh. Aber Bullshit. Ich freu mich einfach nur. Voll cool. Und dann noch so was Verrücktes. Hab gestern, weil die Lisa war ja da unterwegs, dann hab ich die Kinder gehütet, ne? Also die sind dann bei mir so lange. Und weil ich das Auto nicht hatte und so. Ich bin auch noch so ein bisschen kränklich. Ich schlepp das noch so mit mir rum. Was ist das denn, ey? So eine Wabbel-Scheiße hier. Die Lisa, immer wenn die, ach, Lisa und Willi kaufen einem gerne verschimmeltes Obst. Und mir tut das dann in der Seele weh und dann esse ich die Scheiße. Aber ich weiß nicht, ey. Ich bin ja im Geschenk. Ich rieche und fühle und so, ne? Also ne, da ist mir dann mein Geld doch zu schade für. Naja, aber was ich sagen wollte, die Lisa, also die Leila, kann wirklich lesen. Die ist acht geworden im Februar. War noch nie in der Schule. Und wir haben auch nie, wir machen ja kein Homeschooling. Wir machen ja Unschooling. Das bedeutet, wir machen so, wo die Kinder Bock drauf haben. Also ich als Oma schon, manchmal setze ich mich hin. Manchmal. Aber manchmal heißt, alle drei Monate mal, oder vielleicht auch noch selten noch. Ich weiß, also es weiß ich nicht. Wenn ich halt Bock hab, und sie auch, haben wir uns manchmal hingesetzt und so Bücher. Gibt ja da so Bücher, wo du so ausfüllen musst. So komische Lernbücher. Das haben wir immer mal gemacht. Aber niemals irgendwie lange. Das auch immer nur so, wie sie Bock hatte. Und ja. Ich find zwar, ich sollte mal aufhören, mit zu fressen und zu reden. Was ist los bei mir? Ja. Ich hab aber Hunger. Auwein. Au. Haben wir nie geübt. Und auf einmal kann die einfach lesen. Also auch so krass, ne? Ich kenn so, wenn die so anfangen, so so ganz langsam. Wenn die jetzt irgendwas lesen, so ganz langsam. Und sie ist so ganz krass, sie guckt dann so. Dauert ein bisschen. Sie guckt so, ich sag so, Leila, was denn das? Und dann sagt sie einfach das Wort. Sie guckt so ein paar, ja noch nicht mal ein paar Minuten, aber sie guckt so und dann sagt sie einem das Wort, was da steht. Verrückt, ne? Es geht einfach so. Ich find das verrückt. Und meine Theorie ist ja, ne? Meine Theorie. Das passt mal auf. Also. Mit dem Rechnen, das hab ich bestimmt auch schon mal erzählt, ne? Da hatte ich ja ein großes Trauma und I, I, meine Mädchen, die waren ja auch früher in der Schule. Waldorf. Ja, und haben, ähm, war auch, also wir haben da ganz viel Druck erlebt und haben zum Beispiel Rechnen war nie ihr Ding. I, und nein, kann ich nicht. Und die Lisa, bei der ging das wirklich so weit. Die haben ja dann auch Dyskalkulie diagnostiziert natürlich, ne? Weil jeder, der ja nicht genau in die Norm hineinpasst, dem wird da irgendwas diagnostiziert, ne? Kennen wir ja diese Manieren. Auf jeden Fall, ähm, war das so, dass sie auch vielleicht so mit 11, 12 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber dass sie so, so verwirrt war, dass sie zum Beispiel nicht wusste, 50 Euro mehr wert, 10 und so, gar nicht mehr gehabt. Die war so verwirrt, ne? So wirklich. Und ich habe damals auch geglaubt, dass sie wirklich eine Dyskalkulie hat. So. Und dann irgendwann so, über die Jahre haben wir ja unsere, unsere Schulphobien oder diese Gestörtheiten irgendwie ablegen können. Ich konnte ja auch, ich konnte gar nicht rechnen, auch nicht früher. Also es war immer, dieser Druck, ne, da macht man ja dicht, ne? Lena hat das auch immer noch, aber so jetzt mit Rechnen, haben die es nicht mehr, Seit die auch ihr eigenes Geld verdienen, die wissen ganz genau, wie viel und so weiter, ne? Und können das alles ausrechnen. Das ist totaler Bullshit. Also, normales Mathe für den Hausgebrauch, lernt jeder. Also das können, auch Lisas Kinder perfekt, die wissen alles, was die da rechnen mit ihrem Geld und das wissen die einfach. Das ist total verrückt. Und das ist halt auch mit dem Schreiben. Aber was ich sagen wollte, was ich denke, wie Analphabeten entstehen. Also vielleicht gibt es auch Leute, die es einfach vom Hören her nicht schaffen. Das kann ja sein, das weiß ich nicht. Und dann ist das ja auch okay, dann ist das halt so. Die können dann andere Sachen. Aber auf jeden Fall, jetzt so, in der Schule glaube ich, wenn du jetzt zum Beispiel nicht so, das nicht so interessant findest, und nicht so toll und spannend, ne? Und dann musst du es aber trotzdem dann lernen, wenn alle anderen das lernen, um dich rum, alle anderen finden es vielleicht geil, oder funktionieren besser. So. Alle um dich rum lernen das. Und du so, oh, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und dann bist du ja nur noch, ich kann es nicht, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und dann kannst du es auch nicht. Also das glaube ich. Und dann mogeln die sich irgendwie, dann lernen die halt so, sich durchzumogeln. Das ist ja bei allen Sachen so. Wenn es nicht klappt, muss man halt irgendwie Wege finden. Und dann gehen die echt von der Schule und können noch nicht mal lesen und schreiben. Weil das ist, dass zum Beispiel Kinder, die jetzt nicht zur Schule gehen, oh, scheiße, fliegen, fliegen, Eis, fliegen, köstlich. Naja, dass es Kinder gibt, die anschoolen und die nicht lesen und schreiben lernen und die auch nicht rechnen lernen, ich glaube es nicht. Ich glaube es einfach nicht. Weil ich denke, wenn du ganz frei sein darfst und du möchtest es einfach lernen, also dann entscheidest du dich nicht, so dich durchzumogeln, sondern entscheidest du dich so, ja klar, das lerne ich mal. Finde ich auch immer so witzig, dass ich wie oft die auch sagen, das hat auch der Carlos ja auch immer gesagt, ich so, woher weiß denn das so, die wissen es einfach, die wissen es einfach. Ist das verrückt? Boah, ey, wie vergammelt. Ich bin so ekelhaft. Oh mein Gott. Ich sollte keine Videos machen. Das ist echt eklig. Ich ekel euch doch an. Vergammelter Reis, das kam mit Orange, aber hier das Gehl. So stückchenweise kann man das dann ja immer noch essen. Ich mag nicht sowas wegwerben, hab kein Problem, irgendwelche Junkfood wegzuschmeißen, aber so Obst und Gemüse, das tut mir auch im Herzen weh. Das tut mir so wertvoll. Also was freust du dich denn? Ja, auf jeden Fall, ist das meine Theorie. Und auch immer so Sprüche, in Afrika wären sie froh, wenn sie zur Schule dürften. Ey, geht mir doch mal nicht auf den Sack. Das hat doch nichts mit uns zu tun. Die haben halt ihrs, ist ja okay, vielleicht würde ich auch, wenn ich in Afrika groß geworden wäre, wäre es vielleicht auch geil zur Schule zu gehen. Das weiß ich ja gar nicht. Das ist mir aber auch egal, weil das bin ich ja gar nicht. Ich bin ja ich, ne? Ich bin in Deutschland geboren und ich wurde da in das System reingepresst. Also es wurde versucht, mich hinein zu pressen, ne? Aber verstehe ich echt nicht. Verstehe ich echt nicht, ey. So die Leute so, aber die glauben das dann auch noch, ne? Immer so, das lohnt sich dann auch gar nicht so, nichts rumzustreiten. Aber es ist schon ein Thema, was mich immer sehr, ähm, ja, wie heißt das? Es macht mich immer sehr, ne, sauer, nicht. Aber, ja, ich muss da so was zu sagen. Sagen wir mal so, ich hab da so den Drang, auch was dazu zu sagen, weil mich diese Doofheit einfach aufregt. Ne? Die Leute haben überhaupt keine Ahnung, nix, haben sich noch nie mit Unschooling, äh, beschäftigt, wissen gar nichts, hören dann nur, oh, die gehen nicht zur Schule und dann denken die sich einfach irgendwas aus und, ja, das stimmt dann so für die. Ich mein, ist ja okay, ihr könnt ja auch eure Wahrheit leben, wie ihr wollt, ne? Aber, mich regt es dann, also, ich möchte dann schon immer was sagen, ne? Weil ich find das doof, wenn Leute so über Sachen reden, wo sie echt keinen Plan haben, ne? Macht doch gar keinen Sinn. Also, ich möchte doch dann mit Leuten reden, die da auch irgendwie schon mal sich Gedanken drum gemacht haben oder die es auch verstehen. Also, weißt du, wenn jemand sagt, ich hab mich damit beschäftigt, hab dies oder das gelesen, hab mit diesem oder jenem geredet und, äh, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, ich find das total scheiße oder was weiß ich, ne? Find ich okay. Aber einfach nur so blödes, ähm, so, ja, oh, die hören, keine Schule und dann so, was? Aber das geht aber nicht, ne? Und dann hören die erst das erste Mal und sagen direkt, das geht aber nicht, das kann doch nicht sein. Also, was machst du denn? Was tust du denn deinen Kindern an? Weißt du, du lebst den, deinen Traum auf Kosten deiner Kinder und so. Musste ich mir auch alles anhören, diesen Quatsch. Weißt du, es macht echt, und das dann halt von Leuten, die auch keine Ahnung haben. Und ich meine, ich habe mich ja mit dem Thema Unschooling beschäftigt, sehr viel, sehr, sehr viel und ich war auch in der Schule und ich hatte auch meine Kinder in verschiedenen, an verschiedenen Schulen und, ja, ich habe da meine Erfahrung. Aber dann sagen Leute auch, ja, du kannst ja nicht nach deinen Erfahrungen gehen, ja, aber wo bitte, wonach soll ich denn bitte gehen? Nach diesem Bauch hier, nach diesem, gehe ich, ne? nach meinem Bauch und aber auch, natürlich, auch nach meinen Erfahrungen. Hä? Das verstehe ich gar nicht. Ich verstehe dann immer diese Aussagen nicht mehr, ne? Aber dann denken die vielleicht auch, ja, du bist einfach so blöd, du warst nicht lange noch in der Schule, du hast ja kein Abitur gemacht, ne? Dann kannst du das ja auch alles gar nicht wissen. Aber ich sage euch, ihr Lieben, ich weiß alles, was ich wissen will. Alles, was mich interessiert, alles, was ich wissen will. Ne? Was ist das denn? What the? Ja, das weiß ich auch, weil, puh, wenn es mich doch interessiert, dann informiere ich mich doch. Ne? Dann gucke ich mir das an. Und das war's, ne? Also, ich weiß nicht, was diese Scheiße immer soll. Das ist echt krass, ne? Das ist echt krass. Das ist echt krass, ne? Auch wenn zum Beispiel jemand jetzt Lehrer ist und dann meint, mir irgendwas über Unschooling, nein, da kannst du mir nichts drüber erzählen, außer du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Wenn du dich gar nie damit beschäftigt und nur weißt, ich bin Lehrer und Schule ist wichtig und gut, wenn das alles ist, was du weißt, dann kannst du doch nicht mit mir über Unschooling reden. Das geht doch gar nicht. Muss man mal nachdenken. Das ist halt auch immer das, weil ich so ein bisschen vermisse bei den Menschen an sich, schnell ist so dieses einfach auch mal ein bisschen nachdenken. Nachdenken, nicht nur nachklappern, ein bisschen selber denken, ein bisschen selber hinfüllen auch. Finde ich auch sehr wichtig, ne? Ich finde das auch nicht nur, ähm, ups, was ist das? Was ist das? Ich finde das auch nicht nur, äh, nicht nur denken und auch nicht nur fühlen. Man sollte das beides irgendwie miteinander verbinden können, ne? Obwohl ich sagen muss, am Ende gewinnt das Gefühl bei mir. Bei mir gewinnt das Gefühl. Nicht die Gedanken, das ist doch Schwachsinn. Die Gedanken, da weißt du doch gar nicht. Ist das irgendwas? Hat das irgendjemanden mir jetzt hier eingeimpft, ne? Bin ich, bin ich brainwashed oder nicht, ne? und so? Aber wenn ich mich hinsetze und dann, ähm, so das Gefühl, das Gefühl belügt mich nicht, ne? Weil es halt auch schwer, ne? Zu wissen, ist das mein Gefühl? Ist es meine Angst? Ist es mein Wunschdenken? Und so, ne? Das ist alles nicht so einfach. Das verstehe ich auch. Das sehe ich auch so. Aber, ich finde halt so, also das sollten wir alle Leute wissen. Ich habe mir das nicht, das war nicht jetzt eine leichte Entscheidung für mich. Das war nicht irgendwas, ähm, ach, uns holen wir mal, ach, bla bla. Ne, das hat echt lange gedauert, bis ich mich das überhaupt getraut habe. Und, da habe ich mich ganz viel informiert vorher und habe auch ganz viel dahin gefühlt. Und es hat sich gut angefühlt und für mich ist es jetzt so, wie es ist, äh, perfekt. Also, ich bereue das gar nicht. Ich denke, das war genau das Richtige für uns. Für uns. Ne? Was jetzt auch nicht heißt, es ist für jeden das Richtige. Was ich halt auch so krass finde, dann sagen die Leute so, ja, aber die Kinder, oh, die werden dir das so übel nehmen. Und, ähm, wie kannst du das tun? Wie kannst du deinen Kindern das antun? Da frage ich mich, ihr lieben Eltern, die ihr eure Kinder, ohne überhaupt nachzudenken, in die Schule schickt, wie könnt ihr denen das antun? und gefragt und überdacht? Weil in der Regel wird es ja nicht überdacht. Hör mal auf hier so rumzuschreien. Ey, schrei mal hier nicht so in meinem Video rum. Hey! 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 Ich hab schon gerade erzählt, wie geil du lesen kannst. Hab ich hier gerade schon, äh, meiner, meiner YouTube-Gemeinde erzählt. Wie geil du lesen kannst, einfach von alleine, ne? Ich hab meine Flosse. Meiner YouTube-Gemeinde. Geil. Ja, weil du kannst es ja einfach, ne? Jetzt gehen wir schwimmen, wir gehen schwimmen und dann lernt sie hier mit dieser Flosse schwimmen. Und das kann ich auch mal filmen, ne? Mama, Mama, ich hab nur ein Schwummsorger hier. Ich hab mich selber in der Lade gemacht, ne? Ne, ich hab hier ein bisschen Bentonis von der Lena reingemacht. Und dann wird die Läder gerät von der Uschi-Gemeinde. Das hab ich aus der Uschi gemacht. Nee, wie cool! Das nervt sie dann richtig und dann kratzt sie das die ganze Zeit. So wie die gestern mit dem Ding gespielt hat, ne? Ja, so. Mit dem Grasbügel, ja. Aber du müsstest es noch an einem langen Stock befestigen. So sind immer so Katzenspielzeuge, weil die Uschi kratzt dann auch und dann erschreckt sich. Du musst an einem langen Stock, als kannst du das noch geiler machen. Dann geht sie so. Pass sogar auf einen Stock. Ich such gleich mal. Dann schnell geht's wieder. Ich such gleich mal einen Stock. Dann könnt ihr damit spielen. Ja, was wollte ich sagen? Naja, also da muss ich dann nächstes Mal nochmal. Jetzt hab ich schon wieder alles vergessen. Da muss ich nächstes Mal nochmal von vorne anfangen oder nochmal genau da anfangen, wo ich aufgehört habe. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Aber jetzt muss ich mir ein Bikini anziehen und dann geht's los. Was, du willst dich filmen? Was willst du? Nee, du gehst ja. Das ist ja jetzt mein Film und ich will ihn ja nicht schnallen. Ich muss jetzt ausmachen, dann kannst du einen eigenen filmen, ja? Ich geb dir einen eigenen. Tschüssi, sag Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Tisch deve ser.